Fast Track für erneuerbare Energien, das ist das Gebot der Stunde und die UVP-Novelle hat diesen Gedanken auch schon aufgenommen, aber aus meiner Sicht verkürzt, weil dort geht es primär um die Windenergie. Und ich glaube, wir brauchen sozusagen unter diesem UVP-Dach neue Regeln, um die Erneuerbaren auch tatsächlich beschleunigen zu können. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Martin Niederuber von der Umwelt- und Energierechtskanzlei Niederuber und Partner mit Sitz in Wien, Salzburg und Graz. Und die Ausgangslage hat sich gar nicht geändert. Wir wollen 2030 100 Prozent unseres Strombedarfs aus Erneuerbaren abdecken. 2040 wollen wir klimaneutral sein und das ist noch schwieriger, weil das betrifft ja auch noch Verkehr und Industrie. Und da werden wir noch mehr Strom brauchen, sodass der Druck auf den Ausbau der Erneuerbaren noch größer wird. Die EU hat das auch schon erkannt, da gibt es ja dieses Repower EU-Programm mit ganz, ganz vielen Vorschlägen, wie man bei den Erneuerbaren tatsächlich weiterkommen kann. Drei Aspekte dazu. Erstens, wir müssen beim Verfahrensrecht tatsächlich modernisieren. Das Verfahrensrecht ist in Österreich heillos zersplittert, eine absolute Bremse für die Genehmigungsprojekte. Und der erste Punkt ist, man muss einmal entscheiden, brauche ich wirklich für alles eine volle Genehmigung? Ich glaube nicht. Man kann manches genehmigungsfrei stellen oder man kann manches quasi schneller vereinfacht bewilligen. Müssen wir wirklich in der Tageszeitung kundmachen? Nein, wir haben alle Internet, wir können im Internet kundmachen. Und man muss den Behörden auch mehr Instrumente an die Hand geben, um das Verfahren ein bisschen besser gliedern zu können und schneller gestalten zu können. Das ist einmal dieser Block Verfahrensrecht. Zweiter Punkt, Naturschutz, genauso wichtig. Ich glaube mittlerweile Common Sense, dass die Projekte für die erneuerbaren Energien im überwiegenden öffentlichen Interesse sind. Die EU sagt sogar, da geht es um Gesundheitsschutz und um Sicherheitsaspekte. Und dann kann man möglicherweise beim Windradl oder bei einer PV-Anlage nicht mehr sagen, das verschandelt das Landschaftsbild. Und deswegen genehmigen wir das Ding nicht. Anderer Aspekt, Ausgleichsmaßnahmen. Auch da hat sich die EU schon ein bisschen draufgesetzt und hat gesagt, die müssen stärker berücksichtigt werden, wenn es um Artenschutz geht und um Gebietsschutz. Dritter Aspekt, Raumordnung. Müssen wirklich die Gemeinden immer mitreden und immer widmen? Das ist doch heute auch nicht so. Bei Wasserkraftwerken, bei Bergwerken, bei Seilbahnen, bei Eisenbahnen ist eine Widmung der Gemeinde keinerlei Voraussetzung. Die EU-Novelle hat den Gedanken schon ein bisschen aufgegriffen und hat gesagt, die Widmung der Gemeinde ist nicht mehr entscheidend. Ich glaube aber, dass man die Gemeinden irgendwie kompensieren muss, weil da doch ein Eingriff am Gemeindegebiet passiert. Und was wir jedenfalls brauchen, ist ein Booster für die PV-Anlagen auf bestimmten Flächen wie Altlasten oder Verkehrsflächen.